Was geht ab, was war das heute bitte für eine krasse Etappe, muss ich sagen. Sehr, sehr krass, war natürlich auch sehr bürgerlich und natürlich der Matador, nämlich der aus der Gegend kommt. Wahnsinnig, wie die Fans ihn wirklich gefeiert haben und hochgetragen haben. Definitiv sehr, sehr geil und tiefsten Respekt auf jeden Fall, wenn man das halt so krass schafft, ist natürlich Adobo Neu. Da kann man natürlich nur den Kopf verneigen und sagen, schön, dass es so eine Bilder von der Tour de France 2023 natürlich gibt. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie ihr das natürlich fandet, diese sensationelle Berg-Etappe. Schreibt rein, diesen Kanal nicht abonnieren, wir sehen uns.